Guten Morgen Deutschland! Leute, endlich, endlich, wir können das Thema Sarah jetzt erstmal beiseite packen. Es gibt ja auch noch die wichtigen Themen im Leben, oder? Es ist schließlich Mittwoch, es ist bergfest, liebe Leute. Also, ich möchte mal festhalten, wir haben richtig gutes Wetter. Wunderbar. Hat endlich mal aufgehört zu regnen. Und ist euch mal aufgefallen, das Thema Klimawandel ist momentan völlig weg in den Medien. Finde ich durchaus positiv. Aber noch positiver ist mal wieder der Robert. Der Robert hat sich gestern hingestellt und hat gesagt, liebe Leute, also wir schieben jetzt mal die deutsche Wirtschaft so richtig nach vorne. Und wie machen wir das? Na, ist doch klar. Mit Subventionen. Wir machen noch ein paar Schulden mehr für unsere lieben Kinderchen. Super. Ich finde die Grünen immer noch Weltklasse. Okay, aber es wird noch besser, liebe Leute. Das war nur der Aufgeloppt. Heute Morgen Thüringen. Hm, hm, Thüringen. Da ist ja nicht nur der Björn Höcke, da ist ja noch der Teufel persönlich. Kennt ihr den? Nein? Nein, das bin ich. Ich. Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen war gestern geladen, eine Zeugenaussage zu machen. Und die wurde abgebrochen. Warum wurde die abgebrochen? Na, ganz einfach, weil Hans-Georg Maaßen sich das Mikro geschnappt hat und dann mal ganz kurz knochentrocken gesagt hat, also pass mal auf, liebe Linke und lieber Bodo Ramelow, Ihr Linksextremisten wurdet ja jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet. Und zack war das Mikro aus, die Zeugenaussage war beendet. Ja, und Hans-Georg konnte sich noch einen Kaffee oder ein Teechen trinken. Wunderbar. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Man darf den Leuten nicht die Wahrheit sagen. Das mögen sie gar nicht. Das ist genauso wie mit meiner herzallerliebsten Dunja, ne? Dunja Hayali. Ich glaube das nicht, dass ich das heute Morgen gelesen habe. Ja, meine Dunja kriegt den Ehrenpreis in Bayern vom Markus, vom fränkischen Kaiser, den blauen Panther. Es war nicht die grauen Panther, den blauen Panther, ja. Und wofür kriegt sie den? Weil sie ja so toll für die Toleranz einsteht und sich gegen den Rassismus stellt. Genau. Deswegen haben wir sie letztens ja auch so auf den Neukölln gesehen, ne? Genau. Ja, aber noch viel besser. Ihre demokratische Diskussionskultur, die sie so fordert. Wie war das doch gleich nochmal? Ein alter Diktator hatte mal gesagt, du kannst durchaus eine andere Meinung haben, du musst nur mit den Konsequenzen leben. Wer hat das nochmal gesagt? Ach nee, der Diktator. Und Frau Hayali hat es auch gesagt. Wunderbar. Der blaue Panther für die beste Journalistin in Deutschland. Dunja Hayali. Wunderbar. Es wird nicht mehr besser an diesem Mittwoch. Doch, liebe Leute. Der Aufmacher heute Morgen in der Bild-Zeitung. Es ist wirklich unglaublich. Der Olaf fordert die Hilfe vom Sauerländer. Ja. Jetzt muss die CDU einspringen. Die Sache mit dem Bock und dem Gärtner damals. Könnt ihr euch daran erinnern, 2015. Wer war es nochmal? CDU, ne? Genau. Also, Olaf holt sich jetzt Hilfe vom Merz und der CDU und dem Jens Spahn, der, glaube ich, gestern gefordert hat, man könnte zur Not auch physische Gewalt oder physische Gewalt einsetzen gegen die illegale Migration. Er holt sich jetzt die Hilfe von der CDU, um die illegale Migration endlich zu begrenzen. Ja, wunderbar. Leute, es ist Bergfest. Es ist Mittwoch. Die Woche kann nur besser werden.